Tom, ich muss was mit dir besprechen. Es ist 18.26 Uhr. Es sind noch vier Minuten bis zum Abendessen. Ich weiß. Tom? Besprechen klingt nach Problem, nach Planänderung. Ich mag nicht, wenn Sachen anders laufen als geplant. In dreieinhalb Minuten schafft man 490 Wörter, wenn man schnell spricht. Ich habe einen neuen Job angeboten bekommen. Und wenn ich den annehme, dann würde ich mehr Geld verdienen und dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Müssen wir uns denn jetzt Sorgen machen? Achso, nein, natürlich nicht. Aber seit Papa nicht mehr da ist, ist es schon immer ein bisschen knapp mit dem Geld. Und mit dem neuen Job wäre das dann vorbei. Nee, ich weiß es nicht. Und was ist das für ein Job? Ich würde Berichte machen fürs Fernsehen, so wie jetzt auch. Aber in jeden Fall noch im Hauptbereich. Und dann auch jeden Tag. Mama, kann ich mal Skimboard mitnehmen? Was? Nein, ich rede gerade mit Tom. Aber warum denn nicht? Weil da kein Strand ist. Aber mein Brim, ich darf nämlich mit. Das passt doch gar nicht ins Auto. Wieso will Emma sein Skimboard mitnehmen? Um den neuen Job zu kriegen, müsste ich am Anfang für vier Wochen aus China berichten. Aber danach würde ich wieder ganz normal von hier arbeiten. China hat 1,41 Milliarden Einwohner. Es ist 8.000 Kilometer von uns entfernt und seine Nationalflagge ist rot. Und das sind nur vier Wochen. Das geht ganz schnell. Ich will nicht nach China.